Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Headplay über Dead by Daylight. Naja, ich bin, ich spiele also gerade nicht mit Freunden oder halt so Ding-Zeiten-Online-Match. Deswegen gucken wir mal wie es läuft. Ich hoffe es wird euch gefallen in diesem Let's Play. Spendien 13 Heißberg man darf mit neuer Update kann es mal deswegen dachte ich halt Mama letzte darüber was er hier gerade neues Update gibt die Du du du... Treppau Das ist auch so verklarzt, das andere ein paar Bläume. was ist das Ding größer was soll ich machen was soll ich mal machen ich soll mal ne gute Runde sein w Das war's für heute. Das war's für heute. Das gibt's doch nicht. Meine Kiste. Das war's für heute. Das liegt nicht an mir. Das liegt an Ihnen. An dem Host. Das soll doch jetzt mal abwackeln, Alter. Ich könnte besser machen. Ernsthaft. Ich würde mal heilen, Alter. Hä? Schnell und leise? Ich würde mal abwackeln. 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 Was ist das? Ich würde mal abwackeln. Ich würde mal abwackeln. Ich würde mal abwackeln. Okay. Hey. was gut das schwarze 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gott! 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 Wenn ihr mehr wollt, kann ich einen mehr machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Schau! Schau! док